Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und ja, heute werden wir einfach mal ein bisschen hier Endgames v3 testen. Ich glaube es ist jetzt seit drei Tagen oder so raus. Wir haben jetzt den Mittwoch, ja seit drei Tagen ist es raus. Und ich bin auf jeden Fall schon zu mich nice. Ich habe schon ein paar Runden Badwoss und so hier gespielt. Aber ich wollte es dann eben einfach heute nochmal hier alles euch zeigen und hier einfach nochmal ein bisschen Badwoss spielen. Außerdem hat mir der Rezax einen neuen Banner gemacht. Deswegen checkt den auf jeden Fall mal ab. Der ist jetzt mehr oder weniger mein Designer. Das heißt der macht ein paar Ränder und Profilbild und Banner und alles. Ja, deswegen Leute checkt den auf jeden Fall mal ab. Er ist in der Beschreibung verlinkt und er macht auch ganz nice Banner eigentlich. Checkt den auf jeden Fall ab. Er ist in der Beschreibung und ich würde sagen wir spielen jetzt eine Runde Badwoss. Also wie ihr seht ist das hier alles auch schon ein bisschen neu gemacht. Ich habe lila eine Schuhe, weil ich YouTuber-Rang habe und das ist alles ganz nice. Die Clans sind jetzt ein bisschen mehr auf den CW, sage ich mal, fokussiert. Also sind ein bisschen mehr davon abhängig mit dem CW-System, sage ich jetzt einfach mal. Und wir gehen einfach mal in eine 8x1 Runde. Außerdem gibt es auch ein neues System. Man kann slash join me schreiben. Das können alle, die Ultimate Duck oder YouTuber oder eben Teammitglieder sind. Können join me erstellen und dann sieht man dort im Chat, GoClish ist gerade in BW 8x1. Können slash join me GoClish machen und ist dann eben in der gleichen Runde. Was ich eben auch ein ganz nice neues Feature finde. Das nutze ich eigentlich sogar auch recht häufig, wenn ich aufnehme. Aber ihr müsst wissen, wenn ich sage ich aufnehme auf, dann ist natürlich die Chance hoch, dass ich die Aufnahme nicht nehme. Weil es gibt dann irgendwelche Gründe, dass ich die auch teils nicht nehmen kann. Weil irgendwie beispielsweise ich habe den Ton nicht aufgenommen oder ich habe irgendwie das ganze Kommentieren verkackt und alles. Und dann mache ich, was mache ich hier eigentlich, dann mache ich alles nochmal neu und so. Und deswegen kann es auch eben dann vorkommen, dass ich diese Aufnahme dann nicht nehme. Wenn ich join me erstelle, kann ich euch ja mal im Voraus hier sagen, dass es dann großteils eben für Aufnahmen sein wird. Ähm... Ja gut, das kann ich eigentlich nicht sagen, weil ich habe es bisher noch nicht so häufig hier privat genutzt. Aber ich spiele auch nicht so viel häufig, sage ich mal privat auf Endgames V3. Alles klar, drei Blöcke hier. Ich habe auch eine neue, mehr oder weniger... Hat man ja vielleicht eine neue Klicktechnik. Ich habe die mehr oder weniger von Azumi, der sie von... Sorry, dass ich gerade den Namen vergessen habe. Ähm... Aber ihr wisst auf jeden Fall, wer gemeint ist. Aber ich habe sie ein bisschen abgewandelt, weil ich die von ihm nicht ganz so kann. Also gerade eben im Fighter habe ich die nicht benutzt. Ich benutze die meisten Zeit bei MLG Rush für MLGs und so weiter. Jetzt muss ich mich hier kurz ein bisschen hochstacken. Bro, wir einfach durchrennen. Und verkackt. Lol, der ist einfach aus der Runde gegangen. Ja gut, wir holen sein Bett einfach gerade trotzdem. Ja, ich werde einfach mal hier versuchen rüber zu bridgen. Ihr wisst Bescheid. Wenn der Endgames nicht lag, dann geht es doch eigentlich ganz gut. Hier ein bisschen Breezy, sage ich einmal. Okay, ich habe jetzt mehr oder weniger sogar absichtlich aufgehört mit dem Bridgen, sage ich... Lol. Kann man da drunter springen? Wird nämlich schon interessieren, aber ich mache es besser mal nicht. Ich weiß dann nicht, was da passiert. Wir machen hier ein bisschen weiter. Aber das würde ich sagen, ist jetzt... Witchly hat jemand geschrieben, heißt das. Oder Moonwalk oder was weiß ich. Boah, ich habe einfach gar keine Ahnung. Und wir haben auf jeden Fall schon wieder eine ganz nice line. Ähm... Ja, ich wollte euch auch mal diese... Hier diese Klicktechnik, sage ich, immer mal zeigen. Nice. Und der rennt zu mir durch. Jetzt muss ich runter. Hier ist Suicide und ihr wisst Bescheid. Das ist nochmal die Klicktechnik, aber die... Ähm... Keine Ahnung, konntest du, ob ich Controller-Buse nenne? Ich weiß nicht. Also, wenn du das so nennen kannst, dann äh... Schreibt es in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Nein. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, äh... Wir machen gerade noch eine Runde und sehen uns dann gleich. Bis dann. So, da sind wir auch schon in der nächsten Runde und... Wieder auf deiner Platzangst. Übrigens, falls du nur nicht gesagt hast, wir sind dort vom Endgame-Server-IP in der Beschreibung. Und... Eigentlich habe ich ansonsten gar kein großes Thema, aber ich wollte euch einfach mal diesen... Hier diese Klicktechnik zeigen. Und euch fragen, ob man das Abuse nennen kann. Mehr oder weniger. Ich werde es immer mit, äh... One-Stack versuchen. Ja, war doch schon gar nicht so schlecht, eigentlich. Bei den MLG-Rush geht es ein bisschen besser, wenn er MLGs macht oder so. Keine Ahnung, ähm... Ja, da geht es definitiv besser. Aber wir haben ja auf jeden Fall ein bisschen was geschafft. Alles klar, das hat einfach gebuckt, das Team. Wir müssen ja doch zu Team Gelb gehen. Sein Bad ist weg. Jetzt sollte er lieber auf safe gehen. Oder er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Und ich habe verkackt, ich habe voll verkackt. Nein! Aber... Och, Mann. Das war so knapp. Aber... Oh, Mann. Irgendwann ist er down. Bruh. Der Server... Der Server restartet einfach. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns noch jedenfalls wieder beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und... Ciao! Ciao!